Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich zeige euch heute, wie ihr euer Pferd trainieren lassen könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. So, damit ihr jetzt euer Pferd trainieren lassen könnt, müsst ihr hier auf diese Gemeindetafel klicken und wählt dann jetzt hier unten Pferdetraining aus. So, jetzt müsst ihr eben das Pferd aussuchen, welches ihr trainieren lassen wollt und dann müsst ihr euch eben nur noch die Fähigkeit aussuchen, indem das Pferd eben trainiert werden soll. Ich wähle jetzt einfach mal die Ausdauer aus und schon geht mein Pferd eben zum Pferdetraining. So, das dauert jetzt ein klein wenig, bis das Pferd eben wieder zurückkommt und jetzt wurde mir eben das Geld abgezogen und wir haben die Benachrichtigung, Smith ist zurück vom Training, ihre Fähigkeiten sind gestiegen. Ja, das könnt ihr dann so oft machen, wie ihr eben wollt und ja, das war es dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch hier Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!